oh scheiße was mit der ax jetzt erwischt die axi benutze ich fast gar nicht weil die sind irgendwie blöde hallo gott bin ich blöd brenn ich dich auf ich fand es schon so geil immer schön an die verkehrsregeln halten weg ja ich hab bußkelder aus ich halte mich aber auch ungefähr an die verkehrsregeln warum hast du da gerade ich hab dich abschießen nö wieso ich hole mir den bogen ich weiß wer mörder ist wer nein die autos nicht wegschieben ich bin die treppe gerade nicht nein 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 ich suche keine gold zu sagen wir nur das stockwerk sonst ist langweilig ich weiß nicht wo das ist hat mich hat mich noch ich hätte gerade einen armen haben die können hier kein deutsch edgepatch ich bin tot das war's jetzt doch du warst ja tempo aua wer waren jetzt mörder der der gerade erschossen worden ist ja wow ich erwarte es ja meine bin ich geil was warst du mörder ja weil ich mal die ganzen fragen beantworten will die ihr mir in den kommentaren schreibt und shit dann hätte ich da muss ich runter dann muss ich runter ja Ich habe einen, wo ist der andere? Ich glaube, die liest einfach die Buchstaben einzeln vor. Na ja, fangen wir mal weiter. Ah lol, war mir sehr gut. Okay, egal, wir schauen uns. Ja, ich kann sie töten, ich habe sie getötet, ich habe sie getötet. Ja, komm. Ich komme. Dios! Doch! Nein. Oh Gott, mir kommt. Nein, ich bin aus. Ich bin aus, als ob. Weiß ich nicht, ich habe es noch nicht getestet. Wenn ich jetzt stehe... Ah! Nein!